Kannst du mal vorlesen, was es gibt? Oh, das hat uns angemacht. Hast du dich grad selbst gefehlt? Alter! Kakariko hatten wir lang nicht mehr, oder? Klappt das? Läuft es? Ja. Läuft bei allen? Hä? Hör auf zu peepen! Kann man anfangen? Ja. Hör auf zu peepen! Okay, 3, 2, 1, go! Hallö, ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu TPP! Heute mal in der kleinen Runde mit Sebastian, mit Andi, mit Peter und mit Michael! Es ist ja auf, es ist ja eine Lust! Hallo! Was machst du da, Sebastian? Da wollen wir in der Welt rumstehen und irgendwie Schaden kriegen. Hi! Ah! Hallo! Again! Hallo! Hello again! So, wer hat mich jetzt eigentlich auf 39 runtergeballert oder da bin ich irgendwie... Das muss ja mal schon gewesen sein. Halte Maul! So! No! Leute, ihr habt jetzt am Anfang ein bisschen Schwarzbild gehabt. Oh! Ist mir weggeklaut! Er hat auf mich geballert! Ich habe auf dich geballert! Warum? Also auf das Pfosten neben dir, was du grot gemacht hast. Einfach um dich nervös zu machen! Ich habe gehört, Peter ist es! Man munkelt! Oh, Peter! Wie hast du das mit der Waffe gemacht? Guck mal! Ja! Du hast einen Haken! Du hast einen Haken! Oh! Ich weiß nicht! Was? Das kennt uns Raider, Mann! Oh, ich habe Duel, Duel, Duel bei Retters! Habe ich auch! Duel Elite! Ich bin mal wieder in die... Oh, da ist Andi! Hi, Andi! Oh, da kommen alle! Nee, da kommt noch Michael! Oh! Moin! Mach du mir folgst mir so gut! Oh, fuck! Er hat eine Flinte! Ich hau ab! Ja, lauf! Moin! Andi! 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 Keine... Boah, ich habe stark gehört! Das war nicht Andi! Das war nicht ich! Entweder Arnold oder Andi! Stimmt! Ich bin auf der anderen Seite der Map! Nee, Sepp war es auch nicht! Ich bin oben am Haus, an dem Bäumen! Nee, dann ist es ja Michael, wenn es keiner war! Das ist immer was man! Boah, wirklich! Ja, genau! Erst mal aktivieren! Aber ich habe euch beide durch die Mitte rennen sehen! Boah, ich sehe gar nichts mehr! Von der Mitte! Ist das jetzt nur Nebel oder stimmt's jetzt jemand? Das ist einfach nur Nebel! Und ein unglaublich nerviges Geräusch! Mach ich schon! Das ist Giftgas! Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwie so in ein Haus und sterben oder so! Ah! Was war das denn? Moment! Alles klar, Andi ist es! Moment, von wo? Von wo? Okay! Wer auch immer der Typ! Wie hast du das gemacht? Bevor ich dich töte! Wie hast du das gemacht? Wie ist Sebastian gestorben? Kannst du das sagen? Durch ne Shotgun! Ne Shotgun? Oh fuck! Alter, beinahe wäre ich gestorben, als ich runtergesprungen bin! Alles klar! Okay! Dann ist es Peter! Peter hatte vorhin ne Shotgun! Ja, das stimmt! Aber ich bin's nicht! Aber Michael ist das! Ich bin nicht bei dir! Peter! Ja, Michael ist bei mir! Sorry! Kakariku! Biss mich jetzt einfach! Ja, wo ist Michael? Michael, bist du tot? Michael ist oben am Haus! Nein, der ist oben am Haus! Oben am Haus! Was? Ich bin da, wo Sepp ist! Wo Sepp liegt! Da wo gerade irgendwas explodiert ist? Ja, da ist Feuer hoch! Ich bin hinter Andi! Ja! Vielleicht kommen die Taube geflogen Andi! Oh Gott! Von wem? Von mir! Nein, Spaß! Das heißt, das sind jetzt 2 gegen 2, ne? Ja! Ich weiß, dass immer noch nicht wiedergekillt wurde! Ja, Andi! Da hast du wieder Shotgun und dann bacher Sneaky weg! Mach schon! Ich hab die T-back hier! Michael steht wieder dahinten! Du bist gesandwiched, man! Ich bin jetzt wieder! Ich bin jetzt echt Magie! Alles klar! Andi kommt mir gefährlich, ne? Ich will die Leiter hier nicht runter! Die ist gefährlich! Peter! 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 Ich hab nur... Al... What? Äh, Michael ist hinten auf der Sniper-Plattform. Ich glaub der Sniper... Ja, das ist mir bewusst! Ich glaub der hat einen anderen Weg gesnipert. Glaub ich auch. Okay, kleinen Weg. Das Problem ist... Ach, warte mal Peter, weißt du was wir machen? Bin? Komm mal her! Komm mal her Shungi! Ich bin... Ich bin auf dem Weg also, warte. Wo bist du? Ja, warte, warte! Oh, David! Oh, der war mies, ey! Ich hab's mal gewusst! Oh, der war richtig, ey! Ich hab's mal gewusst, ey! Oh, der war richtig, ey! Ja, ich weiß! Aber da wurde mit der Shotgun vor mir weggeschossen und ich musste über irgendeine Ausrede finden, dass das nicht ich war! Oh! Sebastian wurde erschossen mit der Shotgun O! Oh! Peter hat der Shotgun O! Innocent! Wie immer! Vor allem dann rennt Peter mir auch genau entgegen, ne? Ja, ich hab mich auch... Ey, wo ist jetzt hin? Ich wollte erst mal auf dich schießen, aber... Hast du gerade meine Flinde geklaut? Ja! Warum? Ja, ich war... Ich war trigger-happy Ey, 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 ey! Lass mich mal ganz kurz! Oh, die Musik geht mir jetzt schon auf die Nerven! Okay, jetzt ist... Die Musik ist falsch! Gell, Mann! Peter! Peter! Lep, lep, lep! Nur die Wahrscheinlichkeit, dass das einer von uns drei ein Traitor ist! Michael? Ah, da! Da hinten! Hallo, Sebastian! Peter, lebst du noch? Ja! Noch! Noch, ja! Noch! Ich habe ein Auge auf... Aber Sebastian ist schon so... Du weißt schon... So... Tauben-mäßig unterwegs! Ach echt? Hi, Marke! Achso! Ich bin voll tauben-mäßig unterwegs, habe ich gehört! Ich hab ne Saut-Off! Ich hab ne Saut-Off! Oh oh! Weißt du, ich laufe durch die kleinen Gassen, damit ich gar nicht abgeschossen werde, ich bin voll tauben-mäßig unterwegs! Voll tauben-mäßig! Oh! 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 Ich glaube, da ist die Taube geflogen! Ne, mach! Andi, Andi was! Ich hab keine Taube geschmissen! Okay! Ich hab keine Taube geflogen! Echt? Wenn nicht, dann... Ich wär auch dafür! Glaub ich... Okay, Andi darf abknallen unter der Bedingung, dass er dann sofort abgeknallt wird, wenn ich nicht Traitor war! Hau mal ab! Du bist eh Traitor, also eigentlich ist er in einer fairer Bedingung! Oh, dann mach halt! Sebastian! Ja? Se... Se... Andi, 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 Andi... Sebastian ist es! Sebastian ist es! Sepp, sepp, sepp! Das glaubt ja keiner! Ist Maschum jetzt tot, oder? Uh! Ich wurde angesnipert! Andi, Andi hat ne Diegel! Ich wurde angesnipert! Du wurdest nicht von Peter angesnipert! Nein, ich hab ne Shout-Off! Immer noch! Ja, eigentlich kannst du jetzt sagen... Arnot hat ihn auch nicht angesnipert, also... Ja doch, Michael hat gesnipert! Und Maschum ist tot, oder was? Nein, nein, ich bin noch da! Michael ist auf dem Sniper-Sport! Natürlich hat er gesnipert! Und ich wurde vergiftet? Nee, ich wurde angeschossen! Von Michael! Wow! Also Michael ist es, oder wie? Ich wurde schon wieder angeschossen von Michael! Ja, ich auch! Sag mal! Ja, wir haben aber auch schon eine mitgegeben! Andi! Ah, ich brauche... Legt ihr im Grunde Sniper rum? Ah, ja! So, Michael war's! Und Andi ist tot! Dumm! Und Peter auch! Ernsthaft? Ja, komm mal Arnold! Ja! Alles klar! Ja! Alles klar! Alles klar! Ja! Sorry, Michael! Wie ich so spät reagiert! Kein Problem! Oh, Mensch! Die Taube war schon gekauft, aber... Tau drauf ging es einfach, da machst du nichts! Ja, der Peter war schon weg! Ja! Verstecken und warten, bis er runterkommt! Ja, ich wollte mich verstecken, aber der hat mich gar nicht gesehen! Ich kann mein Lichtshed nicht mehr sehen! Ja, das ist die Taube! Du hast es so lange, bis der einmal gestorben ist, den unsichtbaren Waffen wagt! Und kein! Ich fange auf den Schieden! Warte, bis einer gestorben ist oder bis der confirmed wurde? Meine Nase juckt! Bis er gestorben wurde! Genau! Ich bin genau so! Bis er gestorben wurde! Bis er gestorben wurde! Amk! 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 Ja, die hier! Mal schwimmen ist am Haus oben! Stimmt nicht! Das ist wohl wahr, ich bin hinter dir! Ja, ist okay! Wo bist du? Gar nicht! Jawohl! Beziehungsweise mein Radar hat mir gesagt, dass du da oben bist! Sorry! Dein Radar? Ja! Achso, du bist da hinten bei dem Boll! Ja! Oh fuck, ich bin beschossen! Warte, du bist beschossen? Nicht von mir! Nein, nein, ich habe beschossen! Aber ich bin nicht von mir! Generell ist er Traitor! Alles klar! Alles klar, Andi! Das ist auch noch Andi! Michael ist wieder auf dem Sniper-Spot da oben! Ja, natürlich! Deswegen ist er Traitor! Ich habe mal einen Warnschuss auf ihn abgesetzt! Und was soll ihm das sagen? Dass er jetzt keine Illes töten soll in dieser Runde! Okay, alles klar! Andi hat die Liebe in der Hand! Andi hat gerade versucht! Arnold läuft da! Hör auf! Wie ist Andi? Aber Peter! Peter, darf ich Traitors töten? Du darfst gerne Traitors töten! Darf ich Peters töten? Nein! Das ist doch ein Synonym! Und dann laufen die zwei Traitoren da rum! Andi! Jaaa! Hier ist ein Traitor! Ich hau ab! Gleich kommt die Taube geflogen! Drei Leute pick! Boop! Wo ist Michael nun? Boop Bitch! Peter! Da ist Andi! Jaaa! Undi von dir! Arnold! Es ist so geil! Einmal schlumm zu sein! So wunderbar geil! Andi läuft Richtung Sniper Spot! Da ist niemand! Verrat dem Traitor! Der ist halt auch noch! Alter! Auf mich wurde geschossen! Ich hab nur noch sieben lives! Ich muss meinem Traitor Kollegen noch Calls geben! Wo? Michael! Andi kommt zu dir! Pass auf! Danke! Und Mushroom hast glaube ich gerade... Sepp gefunden! Habe ich gar nicht! Also habe ich gar nicht! Ja hier ist überall Blut! Also da liegt eine Leiche! Wo bist du Mushroom? Ok! Arnold also! Nein! Ich hab ne... Du hast ne Fake Leiche confirmed! Oh Gott, ey! Einmal mit Profis, gell? Ja! Arnold, that's it! Hau ab! Du Hu! Habe ich dich erwischt? Nein! Ja! 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 Schönes Ding! Dass ich bisschen mies gelaufen ist! Hattest du die Winchester, hä? Ja! Und dann merkt es auch Schicht! Aber ich habe immer noch diesen Scheißfach! Verdient! Verdient, ja! Michael, hörst du jetzt auf bitte mit der Trader zu sein? Ich habe wieder das Out of! Ah, ok! Benelo! Jawoll! Bist du immer schon! Sag mal, kann da auch mal was Gescheites dran sein? Hast du mir gewohnt? Oh, ich wurde angeschossen! What? Ich wurde angeschossen! Jawohl, der ist wounded! Das stimmt! Bist du mir... Hä? Was ist denn was? Ist Michael wieder am Sniper Spot oder was? Nein! Michael wurde angeschossen! Ach ja! Stimmt! Ich verwechsel Michael und zappen was! Wow! Ja, normalerweise bin ich zappen! Immer angeschossen! Weil sonst Grenaden ja so gleich sind, ne? Ja! Cycle! Andy ist da oben! Ja! Ah, ok! Das macht mir mehr Angst als Michael, weil der drückt eher Headshot! Aha! Er hat auf mich geschossen, hat daneben geschossen! Was? Wer? Andy! War ich? Oh, Andy! Sniper Sniper! Da ist immer noch Arnold! Da war Arnold! Da ist Michael! Wo? Da war Arnold, hab ich gesagt! Achso! Da ist immer noch Arnold! Da ist Sebastian! Sepp! Hau ab! Geh weg, Alter! Also hier ist ein Traitor unterwegs bei uns! Sepp! Alles klar! Sepp! Wahrscheinlich sogar zwei! Wo ist der? Alles klar! Dann ist es Peter und Sebastian! Gab ihn! Alles klar! Okay! Er wird wieder überlebt! Ich habe ihn! Alles klar! Schau ab, Alter! Ah! Wer war das? Andy, warum schießt du auf mich? Äh! Da hat jemand getrunken hier am Haus bei mir! Äh, da hinten sind drei Leute gestorben! Alter! Hör doch auf mit der scheiß Poison Gun! Fuck you all, ey! Ach, jetzt versteckt er sich da auch noch! Du kriegst keine Punkte! Scheiße, Mann! Da kommt die zu zweit, ey! Woo! Nein! Hättest du die Runde nicht vorbei sein können! Sorry, Mario! Oh, ich habe immer noch diesen Bug! Ja, ich auch! Bei mir schüttelt das! Nein! It's a Derry! Oh, ne Degel, bitches! Geno! Auch Geno! Auch Geno! Das glaube ich jetzt nicht mehr! Ich bin wirklich genug! Glaub ich dir trotzdem nicht! Halt nochmal schon! Smoke! Weed! Disco! Also, bei mir sieht es aus, als ob an Sebastian eine Taube gehen würde! Sebastian hat nur eine Taube in der Hand bei mir! Was? Ich habe bei mir eine Shotgun in der Hand! Ne, ich habe bei mir keine Shotgun in der Hand! Ja, so wie bei mir! Ja, Sepp ist es! Sepp ist es! Guck mal, Sebastian hat eine Taube! Die fliegt schon weiter! Hab ich wirklich nur eine Taube in der Hand? Ja, nicht in der Hand! Die fliegt schon wieder rum! Nein, aber die am Rücken kleben! Das ist jetzt ein bisschen ungünstig! Ja, Sepp ist es! Nein, das ist ein Bug von der letzten Runde! Der rennt wahrscheinlich dauerhaft mit der Taube in der Hand durch die Gegend! Ah! Ja, und sagt, das ist ein Bug! Noll! Also, das ist mal ein Mordversuch! Das ist halt mutwillig von Mushroom! Ne, 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 ne! Ich habe was von der Incidentary abbekommen! Das war meine Incidentary, sorry! Naja! Okay, wieder zwei Traitor hier, oder wie? Ich glaube auch! Andi, 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 Andi! Andi und Arnold übrigens! Andi, 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 Andi! Was war das? Arnold immer noch! Ja, ich habe mich fortgeschossen! Ja, ich habe gesnipert! Ja, der ist neben mir eingegangen, der Schuss! Ich habe gesnipert! Ja, der ist trotzdem neben mir eingegangen! Ich weiß, ich habe auch seinen Kopf ganz knapp verfehlt, ey! Das ist irgendwie ein bisschen kacke! Ich habe zwar das Fahnenkreuz, aber ich schieße irgendwie gerne mit einer Waffe in der Hand! Michael ist da hinten auf seinem Sniper-Punkt! Ach, das ist schon zum dritten Mal! Sagst du immer wieder! Andi! 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 Andi, komm! Michael ist immer noch auf deinem Schlager! Was auch immer du vor hast, tu es nicht! Ich mache nichts, ich bin Inno! Ja, ja, glaube ich dir nicht! Bei mir ist es Grün oder nichts! Da ist noch einer! Bei mir ist es blau! Was? Du bist kein Blau! Was tut es und es leuchtet blau! Warum hat sich meine Konsole geöffnet, dunkel? Aha! Was hast du gedrückt? C? Oder hat sich geklappt oder wie? Low clip! Och, was scheiße, ist schon wieder ins Traitor-Beeing? Ah, Peter! PETER! Jetzt sind es wieder... Okay, da war Abbrot. Michael ist immer noch am Leben. Ich sag, Andi, ist es er grad so verdächtig, einfach nur Stray zurück, als wir laufen. Ach, das ist er. Ja, weil ich euch nicht aus den Augen lassen will. Und im Zweifel kann ich da mit der Diegel in den Head und drücken. Und da ist Peter. Peter hat nicht gemerkt, dass ich hinter ihm stehe. Ja, ich beobachte auch Michael da hinten auf seinem Sniperpunkt. Weil jetzt muss... Michael ist runtergefallen, Michael ist tot. Michael ist runtergefallen, der ist tot, warte ich gehen, confirm. Ja, genau, du gehst ihn jetzt wieder beleben. Nein, der ist runtergefallen, der wollte gerade die Leiter runtergefallen. Kann ich die Arnold kontrollieren? Arnold kommt, Arnold kommt, Arnold kommt. Okay, Arnold geht wieder weg. Ich geh jetzt Michael confirm und der ist an den Fallschaden gestorben. Safe. Bitte lass ihn Traitor sein. Oh, wenn er jetzt nicht Traitor ist, ey. Dann flippe ich aus. Da ist immer noch Arnold. Wo ist Andi? Der war wirklich Traitor. Ist der wirklich durch Fallschaden gestorben? Ja. Boah, bist du ein Depp, ey. Der ist die Leute runtergefallen ins Gestorben. Ja, noch schlimmer wäre ja gewesen, wenn er durch einen Traitor-Kollegen gestorben wäre. Du hast die Flärgang jetzt aufgesagt. Ah, Lava, kein Scheiß, Peter. Okay, jetzt hat er ihn verbrannt, okay. Hat er ihn wirklich verbrannt? Ja, die Löcher ist jetzt weg. Ich bleib bei Peter. Ach, echt? Peter, Vorsicht. Andi ist bei dir? Ja, wo bist du? Ich weiß. Ich hab das Gefühl, Arnold ist es, ne? Hier ist sogar Körperform, mehr oder weniger. Guck mal, da ist der Kopf, da sind die Beine. Oh, das möchte ich auch sehen. Da ist der Dicke. Ja, ja, das will ich auch sehen. Ja, ja. Geh halt da weg. Alle rennen da hin. Ja, geh halt da weg. Alle rennen da hin. Oh, wo hast du ihn verbrannt? Hinterm Haus, da. Ja. Da geht er, da ist Arnold. Ich dachte, das wäre ein bisschen unauffälliger, wenn man eine Leiche verbrannt. Ne, ne. Ne, irgendwie muss das ja... Andi ist es. Andi? Okay, Andi ist es. Sepp hat die Taubel in der Hand. Nein. Und diesmal wirklich. Und diesmal wirklich. Nein. Andi ist es. Andi? Ja, jawoll, Andi. Diese wichs huge, ey. Verdammt, nutz weiter. Mann, Leiche, was bist du für ein Lappen? Sehr gut. Andi ist es. Das war's für diese Folge. Ich hab gewonnen, ja. Ich bin der geilste. Ich weiß, ob wir nächste Woche noch eine Folge raushauen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Könnte sein, dass TTC vielleicht pausiert. Aber es wird wieder kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Oh, die kuscheln.